Jo Leute, was läuft, was geht? GambleJoy ist zurück, eine neue Folge. Erstmal Entschuldigung für diese komischen Upload-Fehler. Ja, weiß auch nicht, was da los war. Ich habe ein bisschen ausgezahlt, habe 1000 drauf gelassen und Boni gesammelt. Leider nur zwei Stück. Einmal Doghouse Megaways, damit fangen wir direkt mal an. Weil ich wollte ein schönes Bonusball-Video eigentlich wieder knallen, aber naja. Ja, immerhin, zwei Boni haben wir gesammelt. Gucken, was kommt. Ihr kennt mich, ich nehme die linken. Mal schauen, was wird, was wird. Drückt mit Glück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Direkt zwei Hütten, jetzt einfach so weitermachen. Ja, okay, im Wald. Dritte, vierte Walze. Incoming. Nein. Komm, hau noch einen raus. Ja, okay. 111 Euro. Jetzt. Komm, komm, komm. Ah. Ja, schade. 285. Ah doch, noch eins. Oh, hier blauer Hoden. 90. 375 Euro. Dann gehen wir direkt mal rüber. Den Rise of Merlin. Da habe ich nämlich auch noch gesammelt. Mal gucken, ob es hier besser wird. Na, 5 Euro fach 376. Da hatte ich schon bessere, aber auch schon schlechtere. Jo Leute, Rise of Merlin. Ich werde es ein bisschen auf einen Rampic zocken. Ich werde das hier reinkappen. Hat direkt verlängert. Jetzt die 4.8. Nice. Wie gesagt, tausend mal Invest. Gucken, was wir hier kriegen. Die Rollen. Irgendwie bin ich unscharf. Nochmal ein 4er. Come on, jetzt gib mal Vollgas. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Ja. Mein Gott. Warum bin ich nur unscharf? Egal, Leute. Egal, ich muss mich jetzt konzentrieren. Irgendwie ging es auch mal 1 an zu 10 nicht. Deswegen habe ich hier 9. Gerade. Ja, nochmal. Als wäre es auch gewesen. Ich mache einfach 5 mal Eule. Und nochmal. Schade. Zweimal Eule. Ich pushe die jetzt durch. Oh, dreimal Eule. Nice. Nice. Okay, viermal Kuh. Ja. So, nochmal dreimal Eule, ja, nochmal dreimal Eule, nice, viermal Kuh noch, ich habe die jetzt hier durchgeballert, hoffe das ok Leute, backt auch ein bisschen, nochmal mach dir mal Kuh, nice, jetzt nochmal Eule voll, wie wäre es, ah ok nochmal zwei, aber in Summe auf jeden Fall in Ordnung, 2895 Euro auf 10 Euro Leute, sorry, dass hier ein bisschen kacke alles war, aber irgendwie bin ich auch immer noch nicht scharf, ja, klar, jetzt oder was, mein Gott, ja, aber trotzdem danke fürs Zuschauen, falls ihr auch mal zum Ault, checkt die Links in der Videobeschreibung, vergisst nicht, Glücksspiel kannst du nicht machen, spielt ein bisschen nur mit dem Geldpassüber, haut rein und macht's gut, euer Herr GambleJoy, ciao.